Ey, Leute, seit langem sind wir mal wieder hier in Lethal Company unterwegs. Stuttee! Monster, Gönner-Team! Bottles! Bottles! Einfach Bottles! Ich bin voll. So, dann gehe ich mal raus, ja? Ich würde dann aber auch sagen, ich bleibe beim Schiff, ja? Oh, hier ist noch ein Pudersen. Ich gehe nochmal hinten in den Raum, der zu war. Mach das. Ich gehe gleich durchs Fire Exit raus. Nice, oder? Stop, stop, stop. Jo, es geht. Oh, mach mal nicht. Okay, Schnauze halten, wa? Warum machst du so? Dann kommen die nicht zu mir. Ja, aber so kann man auch nicht das Schiff starten, oder? Doch, ich kann. Bleib mal weiter vorne stehen, wenn nicht. Oh, scheiße. Der Pafleck, der Arsch, Ficko. Der Pafleck, der Arsch, Ficko. Oh, wo müssen wir überhaupt hin? Zurück. Ah, hier ist der Ausgang. Der Pafleck, der Arsch, der Arsch! Oh! Immer mal eine Kippe. Oh! Immer mal eine Kippe. Oh! 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 Dann springt er auch noch mit der Taschenlampe runter. Warum ist der denn so ein Mensch, Mann? Oh nein! Oh nein! Boah ey, warum haben wir keine Taschenlampe? Weil du mit der letzten runtergesprungen bist. Oh, wieso gibt's den? Oh fuck. Oh, springt gut zuerst. Nicht zuerst. Oh, ich lebe! Oh nein! Okay. Boah, 560. Hör mal auf zu drücken. Hör mal auf! Hör mal auf! Hör mal auf! Yo, what the fuck? Alter, sogar ne andere Musik. Alter, das ist die Hupe! Eject, guck mal! Ey! Wir müssen einparken! Ist das geil! Ey, hier hinten kann man sich... Hier hinten kann man sich sogar reinsetzen! Das Ding geht nicht an! Guck mal rein! Sieht alles gut aus eigentlich! Was? Hä? Was ist denn grad passiert? Keine Ahnung ey! Einfach am Boden gucken. Der ist schon wieder verschwunden. Der kleine Huhn. Ah, da kommt er! Da kommt er! Oh, nicht angucken! Nicht angucken! Ah, hier ist auch Sackgasse. Sackgasse. Ah, hier ist Sackgasse. Warum sagt das keiner? Ah, ein Backroom-Selter! Weiße! Ahhhh! 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 Mann ey! Ahhhh! Oh! Warum... Warum konnte ich da nicht rüberspringen, alter? Martin? Was ist denn das? Wer ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn? Alter, was ist denn das? Für den Hirn! Wolli hast du donated! Der sah original aus wie dieser hässlichste Fisch der Welt! Hier sind zwei Schätze im Raum! Hier sind zwei Schätze! Oh, hier ist eine Mine! Pass auf! Weil wir sind schon voll, wir müssen wieder zurück! Oh! Also es sind noch elf Objekte draußen für 866 Euro! Es sind noch elf Objekte draußen für 866 Euro! Und wenn wir mal durch den Exit gehen? Evan Townsvard! Douze! Da ist so ein Kriecher, oder? Ja öf, wir ficken den! Oh mein Gott! Hä, ich hab doch gesagt das ist so'n Krieer! O reason! Und links links links... Hier runter! Niko hier runter! Und ich trage wie der nicht schwere Scheiße! Oh Mann! Links um die Ecke. Nochmal links. Nochmal links. Wer ist Nico? Tot. Nein, Nico! Warum? Warum? What? und dann scheiße mann halt dein verficktes kollermaul hier aus mir ist der drunter gefallen also alter wie geht es wie sie gerade überfahren ich nicht noch aber fast einfach bitte nicht das fenster hier zu ich will auch mitgucken ich schicke gar nichts richtige hydraulik ich lieb es jetzt schon alter ja 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 ? ? ? ? ? ? Oh, wie geil ist das denn? Ey! Nein! Das ist auch nicht... Einfach mal schrot, ey. Oh, ich hab's. Hier ist ein Hebel. Hier ist ein Hebel. Ah, nice. Sehr geil. Hier, hinter dem Teil. Ja. Ich glaub eben, das war die größte Gaming-Krise, die ich hier mitbekommen hab. Ich glaube, Foggy ist das Schlimmste, was wir haben können. Äh, das weniger Schlimmste, mein ich. Sind wir gelandet? Ja. Ja. Sehr nischt. Ich will nix sagen, aber ich kann gut fahren. Ey, wo ist denn das Auto hin? Ey! Was ist das? Alter, ich sterbe! Hilfe! Hilfe! Ah, geil! Sind die Drecks, äh, Bienen? Ist das all die tot? Ja, Mann! Ähh, hahahahaha! Kamts. Da musst du mir entlang. Au, scheiße, ich hab mir schon eine Bienen gestorben. Aber wo geht's hier überhaupt lang? Alter, ich seh hier ja nichts. Aufwärts! Au! Er hat gekracht. Durch den Mond in mein Ghetto-Kracht, Alter. Scheiße! Hey, wer bist du? Martin? Martin, fang! Das ist die ganze Zeit nicht explodiert, Mann! Guck mal, noch nicht Steak! Hier, guckt euch an, man kann es werfen! Alter, was ist das? Bringt das Geld? 62, krass! Ey! Warum? Arschloch! Alter, der hat Bock, der hat Bock! Ey, der fügt mir den weg! Ey, Arschloch, lass mich doch mal in Ruhe! Alter! Wo ist Martin? Hier bin ich. Martin? Ja, ich bin noch hier. Ja komm, ich gucke. Versteh ich ja gerade gar nichts mehr. Martin, schon tot? Martin? Wie? Okay, wir müssen gleichzeitig rausgehen. Ey, so ein Wichser. Ein Wichser. Oh mein Gott, wie dumm kann ein Mensch sein, ey. Wie dumm kann ein Mensch sein. Blubber, 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 blubber! Blubber, blubber, blubber! Oh mein Gott, dein Mensch sein! Blubber, 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 blubber! Geil! Wir haben noch einen Tag und müssen... ... über 300 Euro noch sammeln. Oh mein Gott! Komm weg da, komm weg da! Alter, ne Falle! Ist doch bestimmt... Geil zu Feuer, accept! Oh, endlich! Oh, meine Fresse, let's go! Komm, folg mir! Ich weiß, wo wir da müssen. Haben wir jetzt genug Geld dabei, oder nicht? Reicht nicht. Warte mal... Warte mal, Nico... Nico hat was... ... schmeißt du mal kurz hin? 48, reicht das schon? Ja, 48 würde reichen. Ja, 48 reicht, Nico. Ich geh schon mal raus. Also aufpassen, ist auf dem Vögel. Freut mich einfach, Nico. Warte, ich mach mir den Taschen mal raus. Wie lang? Hier ist ein Stachelarschloch. ... Greif mich an die Stachelarschlöcher. Warte dich! Wo ist Nico? Weiß nicht! Abhauen, abhauen, losfliegen. Es war mir eine Ehre, meine Jungs. Ich hab gehört, dass das bei dem Neck... Na klar. Dann wünsch ich allen einen schönen Abend. Toss.